Hey Leute, Karl hier, der nervige Typ hinter dem Daggerbot-Kanal und das ist mein 30 Abonnenten-Special. Wir fangen doch am besten mit einem kleinen Zusammenschnitt meiner besten Videos an. Wie, es gibt keine guten Videos. Warum haben mich dann 30 Leute abonniert? Wie, du hast keine Ahnung, wer soll ich das wissen? Hey, hey, nur weil du eine Stimme in meinem Kopf bist, heißt das nicht, dass du so unfreundlich zu mir sein darfst. Oh ja, ja. Jetzt fängst du wieder mit deinem Heil-Satan, der wahre Erlöser und so weiter an. Wenn du so weitermachst, stecke ich dich wieder in mein Unterbewusstsein. Ja, das hätte ich mir gedacht. Na, dann mache ich halt was anderes. Fangen wir doch am besten mit einer Bedankung an. So, jetzt mal wieder ein bisschen ernster. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für 30 Abonnenten. Das gilt auch für die, die mich durch die Shorts abonniert haben und sich schon länger wundern, warum ihr Abo viel zugemüllt wird. Danke auch nochmal an die, die öfter mal einen Kommentar dalassen, wie Jonathan oder Marc. Immer wieder toll mit euch zu interagieren. Okay, gut. Genug mit der Schleimerei. Kleine Info. Bei mir hat die Uni wieder begonnen. Deswegen kommen gerade nur zwei Videos pro Tag. Das werde ich auch fürs Erste aufrechterhalten können. Aber ich möchte euch immer mal wieder so ein drittes Video mit reinschmeißen. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Ich gebe euch die Auswahl entweder League of Legends Ranked. Da habe ich ja auch schon mal eine Serie dazu gemacht, wie ich da dritten gelitten habe. Oder Overwatch 2 ist gerade rausgekommen. Ja, jetzt schon ein bisschen länger. Da bin ich auch eingerankt als Supporter. Da kündigt euch auch ein paar Videos zu anbieten. Ihr könnt mir aber auch gerne ein paar Games vorschlagen. Kann auch ein Story-Driven-Spiel sein. Falls ihr mir aber so eins empfehlt, wundert euch nicht. Selbst wenn ich schreibe, ja, das spiele ich jetzt gern. Gute Wahl. Wenn es etwas länger dauert, bis das dann rauskommt. Wie gesagt, ich habe gerade ein paar Zeitprobleme wegen der Uni. Zum Schluss nochmal danke an alle meine Abonnenten. Kommt auf unseren Discord. Da reagiere ich manchmal meistens, meistens schneller auf irgendwelche Nachrichten. Als in den YouTube-Kommentaren. Und da kann man sich auch mal zusammensetzen und irgendwas zocken. Man hört sich in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.